so können die tabak pflanzen in deutschland wachsen die war normalerweise in kuba wachsen unglaublich aber war schaut euch einmal die planen tabak kubanischer original tabak die blüten wo die bracht wo die bracht manche an schweig wird und ich hatte die tatsächte so reißen aufbrechen und da ist der pure sand drin außer schmeißen kommt der nächste wieder aber schaut euch einmal den tabak ist ja unglaublich das ist ein wahnsinn oder ist doch der wahnsinn also heuer der tabak einmal frei tomaten kleine kocktailtomaten super und da oder zuchini werden wir gar nicht her schaut euch mal den waschen schaut euch mal die blutzen oder zuchini 10 20 30 zentimeter lang durchmesser 10 zentimeter 50 zentimeter unglaublich zuchini werden wir gar nicht her können wir gar nicht fressen da und da oder paprika im freiland schaut euch diese mexikanisch noch paprika und maß immer gar nicht wieder mit im freiland nix in wechsel ist unglaublich da hinten geht es weiter mit kürbis der kürbis nimmt ausmase an das kostet gar nicht vorstelle von da rauf gewachsen der umr gewachsen der vierig wachsen kilometer lang da und nächste dann schaut sich das so im freiland im freiland im freiland tomaten schwarz wie die nacht fast reif fallen oben weil es so reif sind oder unglaublich solche baller tomaten im freiland nix gewächshaus ja unglaublich allerlei sorten da oder zitronen tomaten da oder zitronen tomaten jetzt ist es aber gegangen das passt aber gleich was für auf die nacht schaut aus wie zitronen da oder gelbe schwarze blaue grüne rote unglaubliche brutale formen und farben allerhand ja auch wisst ihr selber was das ist also kürbisgarten heuer super super stark ja im gewächshaus schauen wir gar nicht rein da können wir bloß reingelunzen alles voller zeichen wo man sich gar nicht vorstellen kann der maus zuckermais der zuckermais heuer zwar niedrig aber man hat es kalmer dran wenn man sich das anschaut das ist heuer auch besser als letztes jahr überall kalmer schon 10 zentimeter wenn es innen ausschaut ist die gute frage der maus heuer nicht so normalerweise nicht so ergiebig ist dann da hinten haben wir was vergessen ja da schaut euch das an wachsen tomaten vom häusel aus immer richtung leicht und da haben wir was vergessen physalis physalis wachsen wie der teufel schaut euch das an und so geht es weiter und so geht es fort jetzt schauen wir mal da oben was wir noch alles haben das sind bohnen gewesen die sind schon relativ datiert die zuckererbsen sind auch schon abgeerntet und relativ datiert bohnen ja stangen bohnen sind auch schon relativ angeerntet ist auch nicht mehr die zeit dafür da hat er rum ohne ende schaut euch die rum aus das sind die wachsen da gelangt es kalt gar nicht mehr da gelangt die erden gar nicht mehr die wachsen die spitz nasser die spitz nasser und das ist wahnsinn rum das ist unglaublich da sieht man es gut zum vergleich pomaten und rum wahnsinn ja ihr riepfl heuer schlecht sieht man fast nichts mehr die sind da ich meine heuer nicht so gut das ist alles nicht so toll heuer die riepfl aber da noch mal der kürbis und der rum blaue, gelbe, grüne, alles da Tomaten, Paprika, schau mal hin weil die dran hängen, die hängen dran weil der Weintraum der Wahnsinn Zucchini habe ich schon gezeigt und da sind wir wieder da beim Tobock Äpfel sind gerade ruhig dick und dick heuer auch gut Bieren, Bierenhnte die Brutal gut Schaut euch den Bieren an, die fallen alle herunter jetzt schon sehr viel zu früh Tomaten und Birne zum Vergleich Unglaublich, Wahnsinn, der Henker da ist ein bisschen Bono, die kann ja gar nicht alle tragen, der Henker sie tragen, auch mit Wendraum. Da zeig ich die Birne an, super, Williams Christbieren, fallen alle jetzt schon runter im September, am Anfang, weil er es gar nicht mehr halten kann. Da kann es gar nicht halten, zeig den Vergleich an. Unglaublich, Wahnsinn. So, relativ ruhig. Obstbäumele, die wir heuer gepflanzt haben. Machen sie auch gut. Machen sie auch gut, da ist der Nächste. Schau gut, haben gut getrieben, ja, immer frei, haben gut. Und Wasser da, da kriegen sie ein Wasser, da zeigen sie, der ist schon gekommen, Williams Christbiene, ja, der ist nix mehr. Da hat man nicht Wildmais angegriffen. Schöner Weih da, Wasser. Und da hat er, das Prachtexemplar, der Pfirsichbaum. Pfirsichbaum, unglaublich, drei Meter hoch, jetzt schon nach zwei Jahren. Und Trockpfirsich, so viel kann er gar nicht austragen, ja. Wenn man sich das einmal anschaut, für einen Pfirsich drauf. Wahnsinn, ja, ein bisschen klar, aber gehen. Weißfleischig. Schaut mal rein, weil ich Weihdraum hinkere es drauf. Ja, unglaublich, schaut so. Wir haben ungefähr die Größe von der Tomaten. Die dürften nicht sein, weil reif sind. Da muss man drauf anwacht, das geht innerhalb von einem durch. Dann fallen sie runter und dann legen sie anbunt und werden kaputt. Aber so wie Pfirsich heuer dran, und der Hauch, der wächst. Der alte Intakts da, der ist. Der Bambus, der Bambus, wächst auch wunderbar. So, und zu guter Letzt, das Beste kommt zum Schluss, noch unser Nussbäum, Bäumetl. Unser Nussbäumetl. Ja, haben wir nicht gepflanzt, ist von selber rauf gegangen. Schauen wir mal, wer es erkennt. Das ist der Hang. Dann haben wir einen Bodendecker da. Und dann, wer, ihr kennt, den Nussbäum. Da ist er. Nussbäum von selber rauf gegangen. Wenn man ihn nicht gepflanzt, ist er einfach da rauf gegangen. Wunderbar, innerhalb von einem Jahr wächst er da draußen. Brutal. Schauen wir mal, wie lange er erhält. Und was er packt. Aber ich hoffe, weil dann kommt da ein schöner Walschnussbäum raus. Jawohl. Ich sage gleich, wie es gut ist. Das ist wieder das Update zum Garten. Von 2022. Ein ganz gutes Gartenjahr. Kommt eigentlich alles brutal gut hoch. Obwohl es ein Druckersjahr war, kommen wir auch Birngut. Kirschen schlecht. Sind alle kaputt. Haben wir einen Nullertrag heuer. Kein einziges Kirschen ist dran. Der ist so ein Hitze gewesen. Dann sind alle geplatzt. Und dann haben sie die Wessen zusammengefressen oder irgendwas. Auf alle Fall ist kein einziges Kirschen heuer dran. Letztes Jahr waren brutal viele Kirschen dran. Heuer ist gar nichts dran. Aber dafür sind heuer viele Birnen und Äpfel. Das heißt, Vorrat gesichert. Für den Winter. Da kann man sich auf jeden Fall eine Zeit selber versorgen. Alles klar. Ich sage wiederum Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch meine Videos gefallen, dann bewertet ihr das positiv. Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Das ist alles, egal wie der Roendel will ich. Aus uns, außer Hollaria, Hollarow. Und drum ist für uns das Leben Einm die Oller höchste Freiheit. Hollaria, Hollaria, Hollarow. Hollaria, Hollaria, Hollarow. Hollaria, Hollarier, Hollarow. Untertitelung des ZDF für funk, 2017